Hallo, heute möchte ich Ihnen etwas zum Thema Überfunktion der Schilddrüse erzählen. Erhöhte Schilddrüsenwerte, also eine Überfunktion der Schilddrüse, macht sich im Körper dadurch bemerkbar, dass man zum Beispiel Herzrasen haben kann, Luftnot, Schweißausbrüche, eine gewisse Nervosität kann auftreten, eine innere Unruhe, die als außerordentlich unangenehm empfunden wird und manchmal auch eine Gewichtsabnahme. Eine Schilddrüsenunterfunktion macht sich im Körper dadurch bemerkbar, dass sich der Herzschlag verlangsamt, der Patient eher müde und schläfrig wird, dass er zum Beispiel an Gewicht zunehmend oder auch gelegentlich mal Wassereinlagerungen, insbesondere in den Unterschenkeln auftreten. Der Patient fühlt sich nicht mehr so leistungsfähig wie bei einer normalen Schilddrüsenfunktion. Die Schilddrüsenhormone stellen also gewissermaßen eine Art Treibstoff für den Kreislauf dar. Sind zu wenig da, fährt der Kreislauf runter, sind zu viel da, dreht der Kreislauf hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017